Hallo ihr Leseratten! Willkommen im August und zu meinen gelesenen Büchern, zu meinen neuen Büchern. Ihr kennt das ja. Mein Monat hat begonnen mit Elisabeth George, Mein ist die Rache. Der erste Band einer Reihe. Wobei dieser Band nicht zuerst rausgekommen ist, sondern später geschrieben wurde. Aber es ist quasi die Vorgeschichte, soweit ich es verstanden habe. Ja. Gut. Erstmal alles wegschmeißen. Dann endlich ausgelesen ist Das Jahr des Greifen, der erste Band, Der Sturm von Watsken Kohlbein und Bernhard Hennen. Ich hatte es ja schon oft genug in die Kamera gehalten und gesagt, ich lese es jetzt. Ja. Das hat sie auch zum Schluss ziemlich gezogen. Sogar die erste Seite war noch so, dass ich fertig werden. Keine Ahnung. Es lag nicht in der Story. Es lag auch nicht an dem Schreibstil. Ich weiß nicht warum. Warum dieses Buch nicht so wollte, wie ich wollte. Dann ging es weiter mit GD, JD, Robb, Bis in den Tod. Das ist der vierte Band einer Reihe. Ich habe ihn trotzdem gelesen, weil ich ihn ja für den Subabbau 2005 ausgesucht hatte, für meinen Freund. Und da habe ich noch nicht darauf geachtet, ob die Reihe jetzt vorne beginnt quasi. Ich hätte es lassen sollen, diesen Band jetzt zu lesen. Denn es wird in dem Band was vom ersten Band und auch vom dritten Band erzählt. Und vom dritten Band eigentlich von beiden sogar zu viel verraten, was man eigentlich nicht wissen sollte. Also hier lohnt es wahrscheinlich wirklich die Reihe in der Reihenfolge zu lesen. Was ich ja auch normalerweise tue. Dann, ein toter Lehrer von Simon Lelick. Lelick? Ich glaube, er heißt so, oder? Keine Ahnung. Habe ich auch eine Videorezension gedreht. Ja, war ganz toll. Und auch endlich beendet. On the Beach. Und zwar gestern Abend noch. Das war nicht abends, das war so mittagsrum. Es waren nur drei Seiten, die ich lesen musste. 36, um genau zu sein. Und es hat genauso geändert, wie ich dann gedacht habe, weil es gab eigentlich kein anderes Ende. Nicht mein Fall. Andern gefällt es vielleicht mir nicht. Dann habe ich gestern Abend noch ein Buch gelesen, weil ich ja so wenig gelesen hatte bisher. Und so wenig Bücher beendet hatte. Dann habe ich mir dieses Buch vorgenommen. Nebenan ein Mädchen. Das war für meine Rezension, oder ist für meine Rezension, die ich noch schreiben muss. Da drauf steht Krimi Weltbestenliste. Hinten drin steht auch, nee, vorne drin steht auch, dass es monatelang in den Top Ten der Bestenliste eben war. Krimi? Wo? Es ist genauso ähnlich, wie das geheimnisvolle Mädchen. Ich meine, es gab hier ein Mädchen, das etwas sonderbar war. Das fasste wahrscheinlich aber eher zu dem geheimnisvollen Mädchen. Weil das war wirklich irgendwie ein bisschen verkrüppelt und so. Aber es hat irgendwie nicht wirklich Sinn, dieses Buch. Für mich jedenfalls. Keine Ahnung. Dann schon begonnen habe ich Seelenhüter. Das lese ich auch jetzt momentan noch weiter. Ja. Das ist also das nächste, was ich beenden werde. Und immer noch mit dabei. Noch nicht beendet. Das Buch und ich, wir mögen uns irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe davon 159 Seiten gelesen in diesem Monat. Ich habe es versucht parallel zu lesen, was nicht ganz geklappt hat. Was auch mit der Grund von dem anderen Buch, was noch gleich ist, das klappt alles nicht so ganz. Ich werde mich bemühen, es im August auszulesen. Weil langsam nervt es. Also mich das Buch nervt, sondern es nervt, dass ich nicht fertig werde. Dann hatte ich ja im Juli die Leserunde für S begonnen. Auch das war ein dicker Schinken. Oder ist ein dicker Schinken. So ist wahrscheinlich besser. Dass ich parallel lesen wollte. Man sollte nichts parallel lesen. Das bringt alles nichts. Jedenfalls habe ich von S 301 Seiten gelesen. Auch das wird im August definitiv hoffentlich zu Ende gelesen werden. Ja. Das waren meine gelesenen Bücher. Es waren sechs ausgelesene, drei begonnene oder weitergelesene. Ja. Nicht gerade viel. Dann habe ich noch zwei Bücher aussortiert. Eins, das war irgendwie nur so ein Heftchen. Ich weiß gar nicht, warum ich es in meinem Bücherregal hatte. Ja. Und eins, das war eher so ein Sachbuch. Ich glaube, ich habe da noch zwei. Ich weiß nicht, ob ich die ich schon aussortiert habe. Es kann also sein, dass ich im August dann auch nochmal zwei aussortieren werde, die eigentlich keine Belletristik sind. Und somit eigentlich nichts auf dem Substitut zu suchen haben. Ja. Gut. Aber zu den neuen Büchern. Bevor ich zur Statistik komme. Obwohl ich kann ja schon mal sagen, wie viele Seiten ich gelesen habe. Das war in diesem Monat 2021... Oh Gott, was war das? 2053. Ja. Naja. Hm. Hm. Bei sechs Büchern wird ein paar angefangen. Was ist denn das so dreckig jetzt? Gut. Irgendwie ist das falsch. Äh, Moment. So. Kommen wir zu den nächsten Büchern. Und zwar zu den Büchern, die ich in diesem Monat bekommen habe. Zum einen ist das Agatha Christie. Etwas ist faul. Dann habe ich, ähm... Ja. Ich habe mir Bücher bestellt, die allerdings nicht auf dem Sub landen, weil ich sie schon mal gelesen habe. Sie aber nochmal lesen möchte im Herbst. Das ist eine längere komplizierte Geschichte und ich möchte auch nicht näher drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob ich euch die auch zeigen soll. Es sind, ja, so Kinder-Jugend-Bücher, die ich mal gelesen habe. Die ganze Reihe. Und ich möchte damit was machen. Das ist ja wahrscheinlich etwas zu aufwendig, das alles zu erklären. Jedenfalls habe ich dann bei Wirkluka diese Bücher bestellt. Um sie halt irgendwann nochmal zu lesen. Das ist ja so eine Sache zwischen, weiß ich nicht, für ein paar Stunden oder so. Und, ähm, bei einer Sendung war noch ein weiteres Buch mit bei gewesen. Ups, sieht man das? Mark Twain, Prinz und Bettelknabe. Von der Geschichte habe ich schon mal gehört. Gelesen habe ich es noch nicht. Ist ja nur so ein ganz dünnes Blütchen. Also auch was Schönes für zwischendurch. Da bekommt man einfach ein Buch, da rate ich es dazu. Das ist doch nicht mehr normal. Ja. Als nächstes kam Agatha Christie, die Paradies-Pulenza. Okay. Und dann habe ich jetzt hier so einen lustigen Titel, weil ich habe ein Buch bekommen vom Knauer Verlag zum Rezensieren. Allerdings ist es ein E-Book. Es handelt sich um Deine Seele in mir von Susanne Ernst und ich blende euch jetzt mal ein Foto davon ein. Also das Cover. Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Oh Mann, jetzt habe ich mich verschluckt. Ups. Dann habe ich mich angemeldet auf einer Seite. Ich sollte sowas lassen. Aber es hat mich so gelockt. Diese Seite. Und alle haben immer davon geschrieben, erzählt und wie auch immer. Ja. Also die Seite heißt Block Dein Buch. Ich weiß, dass Ilka mal davon erzählt hätte. Und ich finde es ziemlich interessant. Also habe ich mich mal umgeguckt und habe mich angemeldet und habe mich auch für ein Buch beworben. Das Einzige, was mich interessiert hätte auf dieser Seite. Und ich habe es auch bekommen. Von Chris Carter, der Vollstrecker. Ich weiß, dass einige das gerade lesen. Und ich bin auch sehr gespannt drauf. Allerdings ist es auch sehr ein zweiter Band für eine Reihe. Problem ist nur, ich muss dieses Buch immer von 30 Tagen rezensieren. Das heißt, ich habe keine Zeit, mir das erste Buch davon zu holen. So. Und werde einfach mal hoffen, dass von dem Band nichts vom ersten Band erzählt wird. Äh, in dem Band nichts vom ersten Band erzählt wird. So rum. Ja. Was ich aber sehr lustig finde, ist ein Oh Gott, das gibt es immer noch. Das hier so ein Lesebändchen eingeklebt wurde. Gibt man das? Ach ja, ich... Oh Gott. Chaos. Mein Gott. Ja. Sollte ich euch die Klappenfixer eigentlich vorlesen? Habe ich sonst immer gemacht, oder? Ich lasse es heute mal ausfallen. Ich verlinke euch alle Bücher und dann ist gut, oder? Gut. Ja, also bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Wird direkt nach dem Seelentüter. Aber das sage ich euch ja nachher noch in einem anderen Video, was ich gleich noch drehen werde. Und zu guter Letzt kam noch ein Gartekristi-Buch. Ähm, Alter schützt vor Schafsinn nicht. Warum in diesem Monat Gartekristi, ähm, drei liegt daran, dass es, ähm, das eine Buch eigentlich noch im Juli erschienen ist. Am 29. Ne, nicht im Juli. Im Juni. Ähm, 29. oder 30. Moment, ich guck mal eben. Die Lippe, ähm, 29. Juli, genau. Ähm, Juni. Warum sag ich mal Juli? Egal. Und, ja, ich hab's aber erst, am 1. Juli bekommen. Und deswegen sind's in diesem Monat eben drei. Ja. Mal gucken. Mhm, mhm, mhm. Eins, zwei, ja. In diesem Monat werden's auch wieder drei sein. Was sollen wir machen? Obwohl, das dritte bekommen wir schon hier auch erst im September. Ja, egal. Vergessen wir das. So, zur Statistik. Ich habe mit einem Sub gestartet von neun, von 900? Nein. Bloß nicht. Oh Gott. Von 890. Und habe sechs Bücher gelesen, sechs Bücher bekommen, zwei Bücher ausgelesen. Das macht also insgesamt nur zwei weniger. 888 ist mein aktueller Sub. Abgebrochen habe ich in diesem Monat kein einziges Buch. Die, die angelesen sind, abgebrochen, die gehen ja jetzt weiter. Ja. Gut. Das war's dann auch schon mit dem Juli. Ich werde, wie gesagt, gleich noch ein Video drehen. Ähm. Ich glaube, das zeige ich im nächsten Video, weil das ist jetzt schon über zehn Minuten. Und ich habe euch nämlich noch was zu zeigen. Zeige ich im nächsten Video. Okay. Dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, gleich wieder. Bis gleich. Bye, bye.